Radio Essen. Der Tag in fünf Minuten. Wir haben den 26. März. Hier ist Antonia Weiß. Schön, dass ihr dabei seid. Bei uns in Essen werden besonders oft Einkaufswagen geklaut. Mindestens ein Dutzend verschwinden täglich aus den Supermärkten. Und auch der Rewe-Markt an der Frankenstraße in Rellinghausen hat diese Probleme, sagt der Chef Jens Köster. Jeden Monat fehlt einer im Schnitt. Das heißt, jeden Monat gehen 200 Euro da flöten. Ja, und Jens Köster hat uns das Ganze dann auch nochmal richtig aufgedröselt. Die Kosten in der Vollausstattung, die wir hier haben, 175 Euro plus Mehrwertsteuer. Für den Getränkemarkt, die Wagen sind noch teurer. Die liegen bei knapp 200 Euro. Die Einkaufswagen, die werden dann häufig von den Supermarktmitarbeitern gefunden. Oftmals finden auch Bürger welche im Gebüsch oder am Straßenrand und tragen sie dann in die Mängelmelder-App der Stadt ein. So wurden letztes Jahr fast 2400 Einkaufswagen wiedergefunden. In diesem Jahr sind es schon 800. Viele werden wiedergefunden, aber eben auch nicht alle. Mehr Infos zu den geklauten Einkaufswagen in unserer Stadt findet ihr auch nochmal auf radioessen.de. In Kettwig bleibt die werdende Straße länger gesperrt als bisher angenommen. Sie wird wohl erst Ende Mai wieder frei sein. Da ist vor etwas mehr als einem Monat ein Hang abgerutscht und damit keine Steine mehr auf die Straße rollen, wird der steile Hang jetzt teilweise mit einem Metallnetz gesichert. Benedikt Kaczynski vom Mühlenbergshof hat einen kleinen Hofladen in der Nähe. Seit der Sperrung macht er nur noch halb so viel Umsatz. Es ist eben schwierig, weil halt ein Großteil der Kundschaft aus Kettwig kommt und ich sag mal jetzt für zehn Eier nicht unbedingt den Umweg über Werden in Kauf nimmt. Ja, durch die Sperrung müsste man aus Kettwig einen großen Umweg fahren, um zum Hofladen zu kommen. Von dort aus kommen normalerweise aber die meisten Kunden. Unsere nächste Nachricht hat mit Musik zu tun. Das größte Chorfestival Europas kommt im Herbst in unsere Stadt. Beim Gospel-Kirchentag werden ein Wochenende lang insgesamt 5000 Sängerinnen und Sänger auf den Bühnen stehen. Die Konzerte, die sind zum Beispiel in der Innenstadt, in verschiedenen evangelischen, katholischen Kirchen und auch in der Grugerhalle. Den Gospel-Kirchentag, den gibt es alle zwei Jahre immer in einer anderen Stadt. Zum Monatswechsel nächste Woche wird Cannabis teilweise legalisiert. Heute in einer Woche ist Kiffen in unserer Stadt also erlaubt. Es gibt aber Einschränkungen. Zum Beispiel müssen Abstände zu Schulen und Spielplätzen eingehalten werden. Wo gekifft werden darf, das regelt die neue Bubertskarte. Für Essen bedeutet das, im Süden gibt es deutlich mehr Flächen, wo gekifft werden darf. Zum Beispiel rund um den Baldeneysee und die Ruhr. Im Essener Norden wird es dagegen eher eng. Erlaubt ist es aber zum Beispiel in vielen Gewerbegebieten und auf Zeche Zollvereinen. Hinweise per E-Mail. Die Polizei Essen hat jetzt eine E-Mail-Adresse für die Suche nach Zeugen oder Hinweisen. Bisher gab es nur eine Telefonnummer. Durch die Mail-Adresse soll eine neue Zielgruppe erreicht werden. Man müsse sich daran anpassen, dass viele inzwischen nicht mehr so gerne telefonieren. Die Mail-Adresse ist jetzt seit dem Wochenende aktiv. Jetzt soll erst mal getestet werden, wie der neue Weg per E-Mail ankommt. Nach einem Fake-Anruf im März hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Um 23 Uhr wurden die Beamten von einem Mann angerufen. Er sagte, er habe seine Frau erschossen. Dann drohte er auch die Einsatzkräfte zu erschießen. Als das SEK dann mit einem Großaufgebot gewaltsam in die Wohnung in Stoppenberg stürmte, traf sie auf ein schlafendes Ehepaar. Ja, und dann hat sich herausgestellt, dass die Eheleute Opfer dieses Fake-Anrufs geworden waren. Bei den Ermittlungen ist die Kripo auf zwei Männer gestoßen. In ihren Wohnungen fanden die Polizisten Beweise. Jetzt wird geprüft, ob die beiden Männer auch hinter weiteren Fake-Anrufen stecken. Happy End für einen älteren Mann aus Essen. Die Bundespolizei hat am Montagnachmittag am Bahnhof in Frohnhausen einen 89-jährigen dementen Mann angetroffen. Er war sichtlich orientierungslos und wollte seine Schwester besuchen. Dafür war er schon den ganzen Tag unterwegs und dachte, er sei in Düsseldorf. Er konnte den Beamten seinen Namen, aber nicht seine Wohnadresse sagen. Das hat aber schon gereicht. Damit konnten sie seine Adresse herausfinden und ihn nach Hause bringen. Und dort wartete dann seine überglückliche Ehefrau. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Wolken und leichter Regen sind die Prognose für diese Nacht. Das Ganze bei rund 10 Grad. Morgen geht's dann genauso weiter bei maximal 12 Grad. Und das war das Wichtigste aus Essen an diesem Dienstag. Alle aktuellen Meldungen findet ihr wie gewohnt auf radioessen.de und in unserer App. Und schaut auch gern mal in unserem WhatsApp-Kanal vorbei. Ich wünsche euch eine gute Zeit, wo ihr auch seid. Bis dann und ciao.